Guten Tag, mein Name ist Milan Zivkovic, Firmienarbeiterfirma Taxiherrcher und Taxistern. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Unsere Zentrale ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr besetzt. Wenn Sie ankommen, steht eines unserer 80 Fahrzeuge schon bereit. Auch internationale Gäste schätzen den Service von Taxiherrcher und Taxistern. Sicher, bequem und entspannt ankommen, dafür stehen wir mit unserem Namen. Unsere kompetenten und geschulten Fahrer kennen sich perfekt in Stadt und Region aus. Selbstverständlich bringen wir sie direkt und nach ihren Wünschen ans Ziel. Zum Fuhrpark gehören auch speziell ausgestattete Busse für den behindertengerechten Transport. Bis zu vier Rollstuhlfahrer können pro Bus gleichzeitig chauffiert werden. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen kleinen Eindruck in unserer täglichen Arbeit vermitteln können. Ich und mein Team würden uns freuen, Sie als Fahrgäste bald begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen kleinen Eindruck, ich habe Ihnen einen kleinen Eindruck, meinen Eindruck, ich habe Ihnen einen kleinen Eindruck,